Was ist los, ja? Ja, ja. Oh, wir haben nur ein Tagebucheintrag. Sehr gut. Achso. Ich habe ein Bild gemalt, das ist gut. Oh, warte. Ähm, das hat mir alles schon, ne? Ah ja, ja, ja. Er hat ein Bild gemalt, ja gut, das kennen wir schon. Stimmt, das war da, wo wir das Lagerfeuer gebaut haben. Hm. Das habe ich auch schon. Das ist, glaube ich, neu, oder? Nee, die ganzen Bilder kommen mir gar nicht bekannt vor. Ups. Wir sagen, glaube ich, für Seite 38. Genau. Äh, und, äh, 39. Äh, 1.12.2016. Riesiger Fortschritt heute. Einen sich bewegenden Schneeball aufgehalten. Plus schwerer Stein. Danach, äh, äh, Daniel geht es schlechter. Noch kein Fieber, aber wir haben kein Essen übrig. Morgen geht es nach Beaver Creek. Äh, diese Plane wird uns trocken halten, falls es unterwegs beginnt zu regnen oder zu schneien. Diese Show habe ich mir als Kind angesehen. Das ist alles ein Essen, was wir für den Weg nach Beaver Creek übrig haben. Das wird heute, das wird eindeutig nicht reichen. Eine Decke, Schlafsack, ja, gut. Na, komm. Wollen wir mal schauen, was, was Daniel für Probleme hat. Hm. Hm. Still peeing, I guess? I'm gonna check what she's up to. Okay, I'll fill up our bottles and I'll catch up with you guys. Okay. Sehr gut. Sonst irgendwas hier? Nee, oder? Ich glaube nicht. Jetzt haben wir ja alles schon mal angeschaut. Okay. Ist immer gut, ich find's immer nicht gut, wenn man die Leute nicht mehr sieht. Bei dem Spiel hab ich einfach Angst, dass irgendwas passiert. Immer. Okay. All done. Where the hell is he? Hör auf, mir Angst zu machen. Ich will das nicht. Daniel! Daniel! Hey, you out here? Wer? Daniel! Daniel! Where is he? Ach, nein. Daniel, was tust du? We have a two day walk ahead of us. Better get going. Okay. Okay. Der ist nicht in Sichtweite. Ruf hier nach ihm, den du. Q plus das tust. Ähm. Warum ist da Blut? Daniel? Where are you? What the fuck happened here? Ähm. Ähm, Daniel? Wer? Wer? Wer macht schon, wenn irgendwas passiert, Alter? Wer? Nein, 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 nein. Spiel. Das könnt ihr nicht machen. Das könnt ihr nicht machen. Das könnt ihr, nein. Daniel? Nein! Daniel? Nein! Nein! You killed her! She was my friend! Calm down, okay? Leave me alone! No! Was? 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 About the... Was? Was? Alter, das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst. Als ob man schon jetzt tot ist. Das kann ich... Das ist... Wollt ihr mich verarschen? Alter. Das ist nicht wahr. Was soll ich jetzt sagen? Vortreten, nicht eingreifen? Ich... Nein, gleich. Wenn ich nicht eingreife, wird er auf jeden Fall ausrasten und sie da durch die Gegend schleudern. Wenn ich eingreife, könnte es sein, dass er uns angreift. Weil er ist ja sowieso schon pisst. Und außerdem, wenn ich sage, hier, hör auf, dann wird er sagen, du hast gesagt, im letzten Moment, nur wenn es wirklich nötig ist, soll ich die Kräfte einsetzen und... I mean, exakt das tut er ja gerade. Ich werde es skieren und nicht eingreifen. Du hast mich gebeten, mein Vater! Fuck! Daniel! It just... It just... It just happened! What's... happening to me? You... You just wanted to... Wir schützen uns. Ich... Schrauben Sie Ihre Kraft. Wir werden... Wir werden es herausfinden. Es ist okay. Ich bin hier. So... Der war halt richtig aggressiv. Was er nicht tun soll. Oh nein! Oh man! Ich wollte das nicht... Dass es stirbt. Der wird das jetzt vielleicht irgendwie so... Verscheuchen und so... Ich weiß es noch nicht. Hier. Ich habe zu sehr Angst, dass es uns angegriffen hätte. Wie können die Maschu töten? Was soll das? Der Bons, der bist du jetzt eigentlich. Alter. Was ist das hier? Was soll das denn? Was soll das denn? Sie werden nicht vergessen. Sean, Sie denken, dass sie in der Erde ist? Absolut. Ja. Ich bin sicher, dass er nach ihr will. Wait. Was für seine Allergien? Keine Angst, Inanna. Es gibt keine Allergien. Sie werden gut zusammen. Okay. Wir müssen gehen. Es ist sehr late. Sean. Entschuldigung, dass ich die Katte hat. Ich weiß nicht, was ich dachte. Wenn ich nur könnte. Ich weiß nicht. Komm, buddy. Ich wünsche uns nicht mehr. 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 Ich wünsche uns die Katte. Ich wünsche uns die Katte. Wir müssen sie aufbauen. Sie werden die nächsten Runde zu bleiben. Ich wünsche uns nicht mehr. Bye, Lord Snowman. You look after our mushroom. So long, my dudes. Boah, ist das böse einfach. Es ist so böse. Ich hasse euch. I don't know. Wie könnt ihr nur? Woah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 I'm going away for a long time I'm going away for a long time We made it, Daniel It's been a long time since I was here When was that? Before you were born Come here Let me check you out Claire likes everything super clean Dad said she got pissed Because he let me bring a snowball in the house We don't want to look like total pigs Okay Hallo Hallo Yes, we hear you I'm sorry, we don't want any of Hello, Claire Sean? Oh my Is that Daniel? What's going on out here? I heard Look who's here After all this time What the hell are you doing here? Steven, watch your mouth Well Well It's kind of a long story Oh you poor thing You know he's sick, right? Yeah, but Okay Inside Both of you wait Great Welcome so gut aufgenommen wurden. Hey, is it warm enough for you? Oh, yeah. Feels nice and toasty. I gave Daniel some cough medicine, but you should have taken better care of him. He could have been worse. You were lucky. Stephen, may I talk to you for a second?